Servus Freunde, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Freunde, ich habe mal wieder ein altes Format oder eine alte Videoidee rausgeholt. Und zwar habe ich für euch 5 Lifehacks, Schrägstrich Tipps für euch, die euch euer Shisha-Leben eventuell ein bisschen leichter machen. Vielleicht ist für den einen oder anderen ein neuer Tipp dabei, vielleicht kennt ihr auch alle Tipps schon, wer weiß. Aber wenn ihr dazu mehr wissen wollt, bleibt bis nach dem Intro dran und jetzt viel Spaß mit diesem Video. Ja Freunde, kommen wir somit zum ersten, ich rede jetzt mal von Tipps, weil es sind nicht wirklich Lifehacks unbedingt, weil ich glaube, das Rad erfindet man nicht mehr neu und viele Lifehacks sind bekannt. Also rede ich von Tipps. Der erste Tipp von mir ist, ihr habt zum Beispiel eine Bowl und merkt beim Rauchen oder wollt gerade anfangen mit Rauchen, fuck, ich habe zu wenig Wasser drin. Klar könnte man jetzt hier wie bei so einer Steckpfeife einfach die Rauchsäule abnehmen und das Wasser nachfüllen. Aber was ist, wenn ihr zum Beispiel eine zum Schrauben habt oder vielleicht doch eine Steckpfeife und ihr seid einfach zu faul, das Ding abzunehmen. Nehmt einfach hier oben euren Kopf ab, den nehmt ihr einfach ab und nehmt euch einen Messbecher, wenn ihr einen zu Hause habt und füllt ein bisschen Wasser rein. Dann macht ihr den Kopf wieder drauf, zieht dran und merkt vielleicht, okay, ja, ein bisschen was fehlt noch, schüttet da wieder was mit dem Becher nach, steckt den Kopf wieder drauf. Und so ist garantiert, dass ihr für euch den perfekten Wasserstand findet, falls ihr eventuell mal zu wenig Wasser drin habt. Bei solchen durchsichtigen Bowls ist das natürlich relativ easy, da müsst ihr diesen Tipp nicht anwenden. Aber wer von euch vielleicht eine schwarze Bowl hat, wo man nicht durchgucken kann und die vielleicht auch kein Füllstandfenster hat, nenne ich es jetzt mal, ist das mit dem Messbecher eigentlich eine gute Idee oder eine gute Variante, um für euch den perfekten Wasserstand zu finden. Ja Freunde, der nächste Tipp ist für, ich will nicht sagen wichtig, aber es ist auch eine Idee, wie zum Beispiel, wenn jetzt wieder wärmer wird und wir alle ballern auch draußen mal eine Pfeife. Und es geht vielleicht ein kleines Lüftschirm, ihr merkt so, oh, dadurch wird die Kohle ein bisschen angeheizt und der Kopf wird zu warm. Und ihr denkt euch jetzt so, scheiße, ich habe meinen Windschutz vergessen. Ihr könnt das ganz einfach machen, entweder ihr formt euch das selber per Hand zusammen oder ihr nehmt eine Flasche, je nachdem was ihr für eine Dicke braucht, und macht euch so einen, ich nenne es mal, Do-it-yourself Windschutz. Ich habe das Ganze jetzt mal hier in einer groben Variante zusammengeschustert, damit ihr euch das ungefähr vorstellen könnt. Und zwar nehmt ihr Alufolie, formt das Ganze zu einem Kegel und dann könnt ihr das, wenn es passt, es wird jetzt bei mir hier nicht passen, es ist auch bloß, damit ihr wisst, wovon ich rede, könnt ihr das hier so drüber stülpen und dann habt ihr einen kleinen Windschutz. Natürlich sei gesagt, er hält jetzt nicht den größten Sturm ab, es ist halt auch nur Alufolie, aber es funktioniert. Es funktioniert quasi wie, wenn ihr euch so eine kleine Haube für euren Kohlegrill baut. Und erfüllt für die Session dann draußen ihren Zweck. Und deswegen finde ich das mit der Do-it-yourself Windschutz-Alufolien-Idee eigentlich eine coole Idee. So habt ihr einen kleinen Windschutz für euren Kopf, wenn ihr draußen rauchen solltet. Ja Freunde, der nächste Tipp von meiner Seite ist speziell für alle HMD-Raucher, was ja denke ich mittlerweile auch sehr, sehr viele sind. Und zwar, es ist auch ein bekannter Tipp, muss ich dazu sagen. Wenn ihr aber merkt, euch wird der HMD oder der Kopf zu heiß, es brutzelt vielleicht ein bisschen und es ist einfach vom Rauchen her zu heiß für euch. Dann nehmt euch einfach eure Zange und bei 95% oder 95% aller HMDs habt ihr solche Luftschlitze an der Seite, wie jetzt hier beim Onmo. Dort könnt ihr mit einer Zange einfach drunter fahren. Ich mache das Ganze jetzt mal. Und pustet quasi die Hitze ein bisschen vom Kopf runter. Das kühlt in erster Linie den Kopf und ihr könnt dadurch entspannt weiter rauchen. Wahlweise könnt ihr den HMD natürlich auch ein bisschen drehen, um die Hitze nochmal auf eine andere Stelle vom Tabak zu verteilen. Aber so kriegt ihr euren Kopf gefühlt, wenn eure Pfeife nicht wie eine Stimulation zum Beispiel einen Kopfkühler hat oder so. Dann ist das eine coole Idee oder eine coole Variante, seinen Kopf zu kühlen, um dann entspannt und locker flockig weiter zu rauchen. Ja Freunde, der nächste Tipp geht an alle Meerlochkopfraucher. Meerlochkopf ist ja gerade so ein Ding bei uns, was immer wieder beliebter wird. Auch mich hat es angefixt, muss ich dazu ehrlich sagen. Ich habe sehr viele Meerlochköpfe zu Hause. Wir kennen Meerlochköpfe. Ich habe jetzt hier mal zwei verschiedene Varianten. Einmal hier die Cosmobol und einmal hier den Solaris Funnel. Es ist vom Prinzip her, was ich gleich sage, dasselbe. Aber um euch das zu veranschaulichen, weil der hat ja ein gerades Depot und die Cosmobol hat in dem Fall so ein kleines, ja, gefäßförmiges Depot, nenne ich es jetzt mal. Da gibt es nämlich diese wunderschönen Siebe. Ich glaube Selflex-Siebe heißen die. Die kann man sich auch ganz easy peasy nachschustern, wenn ihr sowas könnt, wenn ihr sowas da habt, sowas ähnliches. Und dann könnt ihr euch die nämlich, ich hoffe der fällt jetzt hier nicht raus, hier so reinlegen. Und dadurch habt ihr keine Gefahr für euch, oder Gefahren Anführungsstrichen, dass euch Tabak durch die Löscher, die normalerweise etwas größer sind, in die Bowl reinfällt und euch damit die Bowl versaut. Was ist am Raucherlebnis nicht großartig, was ändert oder es verstopfen euch die Löscher und ihr habt einen schweren Zug. Das Ganze könnt ihr auch bei einer Cosmobol oder bei anderen Köpfen machen. Dort könnt ihr euch diese Siebe sogar so ein bisschen zurecht drücken, dass die wirklich schön unten auf dem Boden sitzen. Und dann habt ihr keine Gefahr mehr, dass euch da ein Loch verstopft oder dass euch Tabak durch das Kopfloch in die Pfeife und Bowl fällt. Ja Freunde und Tipp Nummer 5, wir kennen es alle, wir machen unsere Bowl nach der einen oder anderen Session endlich mal wieder sauber. Dafür gibt es diese schönen Schaumstoffbürsten, wo wir natürlich einwandfrei die Ränder sauber machen können. Aber man kommt damit immer relativ schlicht auf den Bowlboden. Dafür gibt es seit längeren, ich glaube ich habe diesen Tipp auch schon mal erwähnt, bin mir aber nicht ganz sicher, gibt es sogenannte Reihungsperlen. Die sind jetzt hier von Rauchkultur, ich gebe zu, die sind ein bisschen teuer, gibt es auch mittlerweile günstiger. Das sind kleine Porzellankugeln hier in dem Fall, die schüttet ihr einfach rein, gebt ein bisschen fit rein und dann einen kleinen Schluck Wasser, dass das Ganze quasi wie so ein bisschen schwimmt. Und dann könnt ihr die Bowl so richtig schön so ein bisschen drehen. Ihr könnt bei den Rauchkulturperlen, falls ihr diese haben wollt oder diese habt, den Korkdeckel, wenn ich darauf komme, den Korkdeckel auch oben auf die Bowlöffnung stopfen. Und dann könnt ihr die Bowl richtig schütteln. Da kriegt ihr zum Beispiel auch die Ränder sauber, was ihr sonst mit einer Bürste macht. Aber speziell für einen Bowlboden sind solche Reinigungsperlen in Kombination mit Fit und Wasser ein echter Gamechanger. Und eure Bowl sieht danach aus wie neu. Ja Freunde und damit soll es das von mir gewesen sein. Das waren meine fünf Tipps, die euch das Shisha-Rauchen eventuell ein bisschen erleichtern. Schreibt mir sehr gerne mal eure Lifehacks-Tipps in die Kommentare, welche ihr oft verwendet oder welche für euch sehr hilfreich sind. Vielleicht war auch von meiner Seite ein Tipp dabei, der euch vielleicht das Ganze ein bisschen leichter macht oder den ihr noch nicht kanntet. Damit sehr gerne in die Kommentare. Ansonsten, Freunde, bedanke ich mich fürs Einschalten, lasst sehr gerne ein Däumchen nach oben da, lasst unter dem Video ein Abo da, würde ich mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video und bis dahin geht natürlich der letzte Zug auf euch. Wiederschauen Und reingehauen Wiederschauen Wiederschauen